Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5, momentan mit Michael unterwegs, und zwar auf dem Fahrrad, ein bisschen Sport zu reiben mit ihm, ja. Das hat er sich verdient nach der letzten Aktion. Naja, was heißt verdient? Sport ist ja Mord. Ich weiß ja nicht. Ja, trotzdem, er braucht es auf jeden Fall. Wir haben die nächste Mission bei Michael zu Hause und da cruisen wir jetzt mal hin mit diesem sportlichen Fahrrad hier. Komm schon, Michael, bist doch fit. In deinem Alter. Mann, 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 mein Gott. Der Männer ruft an. Nö. Ja, fick dich. Ende. Ganz einfach nur fick dich. Meine Frise, ey. Als ob ich dir noch helfe nach der letzten Aktion, was immer denn? Ja, die Dänen, Vorstellung vom Leben. Glaub ich ja nicht. Komm schon, Michael, boy. So, das machen wir auch schon. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ah, da, Chips. Fernsehen. Oh ja, so muss das sein. Oh ja, oh ja, oh ja. What the fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing her mad for that. This, I cock that. Go away. What? Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Oh ja. Fuck you. What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah, no, I just want you to do something. Besides sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Dad, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Uh, go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Oh yeah. Vater sein ist schwer. A bike ride along the Spoochee beach? Okay, Dad. I got just the thing to show you. Begib dich zum Fahrradverleih. Brotinen anzuerst mit dem Auto. Ja, ja, ja. Komm, hör auf. Decks mich nicht zu, Junge. Hey, well, you're looking. You'd even be allowed out of the house after that boat start. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't push me. Seriously, some guys borrow your foe. Borrow? You were hiding in the head, crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm going to let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us. You're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me. Jim, and I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to. To protect you. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Hey! Hey, buddy! Oh, God. Ha, ha. What you need to understand about our production company is that we're much more of a... Hey, you! Two bites. Take your pick. Oh, ho, ho, ho. Yo, thanks. This is not your turn. That looks like that one there is. That's a billig-chotting thing, or what? Hey, buddy! If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV? Yeah, no problem. There's no chance. The end of the pier? Hey, I'll be happy like a human being. Oh, son. Hey, Pop! Hey, Pop! Can I have a happy mood for a ride? La la la. Na, kommt doch mal ran. Genau, streng dich mal an. Nicht mehr auf dem Tanzersitzen, so wie ich. Ja klar. La la la. So, jetzt treppen wir mal ein bisschen. Go, go, go. Jetzt wird mal ein bisschen die Anstellung geschoben. Ist nicht so locker. Entschuldigung. Keine nichts für. Entschuldigung. Nicht meine Schuld. Vielleicht doch ein bisschen. Aber nicht viel. Idiotter. Der ist ein Kilometer weit weg. So, ich bin da. Mit dem Fahrrad hat er doch keine Chance. Ich bin da. 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 Wir haben Spaß, oder? Du wirst nicht Spaß haben, wenn es auf deinem Gesicht ist. Ah, komm. Ich meine. Warum muss ich dir, dass ich deine Hande durch diese ganze Weltkrisis-Krisis-Bullshit? Und warum muss ich deine Nose auf Tracey's butt? Nein. Oh, nein. Weil es nicht so achtet, dass diese kleine Lehren wegkriegt wird. Aber sie steht wegen der Hände durch. Weil sie nicht zu weit kalt, ist einfach mit meinen D WORK. Weil sie sind zu viel zu tun. Du bistJa. Du bist doch so aus, dass dir die Frau aus Spaß haben. Was? Ich bin das aber schon? Obwohl es tut. Ich meine, ich bin doch gesagt, dass sie auch mit Producers, und Porno Leute nachher, das Abend vorhanden ist. Oh, ein Sprung ins Traalte Nass. Oh, ist das schön. Ein Rochen. Geil. Mal wieder schnell an die Oberfläche. Und ab rüber. Oh, die Tochter aber noch. Sind hier alle in der Familie total irre. Der eine, den ich momentan steuere, täuscht seinen Tod vor. Betrügt seine Kumpanen. Der Sohn sitzt nur zu Hause. Futtert Zeug in sich rein. Raucht Dope. Trinkt irgendwas. Und zockt. Und labert totalen Scheiß. Wird gekidnappt. Verkauft die Yacht in Anführungsstrichen. Kauft ein Auto, das sie sich nicht leisten kann. Gangster brechen dadurch ein. Die Tochter lässt sich da von irgendwelchen Typen durchnageln. Und die Frau auf den Tennislerer. Wow. Oh, Mann. Danke! Boah, boah, boah! Dad! Das war's für dich. Dad, du schützt mich. Das sind meine Freunde. Ja, du schützt sie, Mann. Sie schützt porno hier. Sie schützt porno all over die Stadt. Mom schützt unsere Haus zu ihnen letzte Sommer. Was? Ja. Man, du hast eine Killer Padme. Ist das awesome? Los geht's. Du denkst, ich mach das? Nein! Shit, Daddy! Pisties. Woah, verdammt. Gib Gas, Michael, gib Gas. Oh Scheiße, schießt auf uns. Was hab ich denn getan? Es war doch ganz nett. Oh, jetzt geht's ab. Scheiße, 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 scheiße. Oh, scheiße. Oh, man, 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 fuck. Was denn? Oh, böse Leute, böse, böse Leute. Ich mag diese bösen Leute nicht. Komm schon, rück's drauf, man. Oh, ich bin doch perfekt gefahren. Oh, schönes Wasser. Oh, das macht Laune. Oh, da sind wir auch schon. Perfekte Gefahren, wie immer. Oh, ich sehe das, Traitor. Jimmy! Jimmy! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the bathroom. The beach, the beach, with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes and he just went. I'm getting a cap. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Na klar, ich war's. Entschuldigung. Ah, Kinder. Puppies, kleines Mädchen. Abgeschlossen. Abschweiß, ja, na klar. Tracey, aufgefügt wir jetzt. Was, 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 was? Ich höre, was? Was denn? Ich will mich nicht verarschen. Oh, komm her, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Dir gebe ich. Ich höre doch nur Musik und du, was ist denn los mit euch? Im Ende, hat er Ärger mit den Bullen? Ja, hab ich auch. Kenne ich. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Ciao.